Ich habe noch mal nachgedacht über künstliche Intelligenz. Da wird viel hineingeheimst. Der Begriff ist eigentlich so obszön wie viele Begriffe der IT-Welt heutzutage. Data Mining, Big Data. Es wird das Problem beschrieben, aber keine Lösung, nicht mal ansatzweise. Bei der künstlichen Intelligenz geht es uns um die Automation menschlichen Verhaltens und das tatsächlich so doppeldeutig, wie es gemeint ist. Zum einen wollen wir nachahmen, wie sich ein intelligenter Mensch im Umgang mit Daten verhält. Wir legen es dabei an auf sehr robuste Methoden, die in der Ergebnisdarstellung sich selbst erklären. Deswegen kommen Verfahren wie neuronale Netze, Fasilogik, manche Verfahren des maschinellen Lernens bei uns eher weniger zum Zug. Der zweite Aspekt der Automation menschlichen Verhaltens ist, intelligentes Verhalten im Umgang mit Daten zu fördern, zu fordern, zu lenken, zu leiten. Das erste Mittel zu diesem Zweck ist die Automation der Auswertung im Sinne des Data Mining, des Datenbergbaus. Wie können wir möglichst automatisch aus Daten Erkenntnisse ermitteln? Da haben wir sehr viel getan über die letzten mehr als 20 Jahre. Wir haben über 100 Verfahren aus dem Bereich der Statistik, der Betriebswirtschaftslehre und dem maschinellen Lernen automatisiert. Datenbergbau, das war eine Forschungsrichtung, Knowledge Discovery nannte man sie auch, die kam damals 1993 etwa zu uns aus den USA herüber. Gemeinsam mit meinem Kollegen Jürgen Hagedorn habe ich mich ans Werk gemacht. Wir waren enorm ehrgeizig, wollten die Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine deutlich verschieben hin zur Maschine. Die sollte aus großen Datenbeständen möglichst automatisiert Erkenntnisse gewinnen, sie anschließend dem Anwender präsentieren, der dann mehr Zeit haben sollte für die Interpretation der Ergebnisse. Um mehr Durchschlagskraft zu erzielen, mussten wir an die Datenqualität ran. Die ist beim Data Mining ein notorisches Problem. Man hofft ja, dass Daten per se Minen sind, in denen man die berühmten Nuggets findet. In roher Form ist das meist nicht so. Deswegen haben wir massiv investiert in den zweiten Aspekt von Künstlicher Intelligenz in die Automation der Modellierung. Das hat sich sehr gelohnt. Wir werden weiterhin uns sehr bemühen, dort weiterzukommen. Inzwischen ist es schon gelungen, 80 Prozent unserer Projektlaufzeiten durch automatische Modellierung zu verkürzen. Die dritte wichtige Deutung von Künstlicher Intelligenz ist die Automation der Präsentation, die Automation der Visualisierung. Da kommen einem als erstes Diagramme und Grafiken in den Sinn. Die Idee ist regelmäßig, dass sie aus Zahlen Bilder machen, die man dann leichter, weil parallel verarbeiten kann. Darüber haben wir lange geforscht und nachgedacht. Vorläufiger Höhepunkt ist ein Buch, das nennt sich Back to Numbers, Why Charts Fail and Numbers Need to be Reinvented und vertritt die These, dass unsere bildorientierte Informationskultur auf dem Holzweg ist. Diagrammen fehlt es für betriebswirtschaftliche Darstellungen an Signalintelligenz. Sie sind nicht verlässlich, sie sind nicht so einfach, wie sie oft aussehen. Der vierte Aspekt der künstlichen Intelligenz ist für mich die Automation der Beobachtung. Mir war in vielen Data Mining-Projekten aufgefallen, dass unsere Verfahren letztlich das erfolgreich gefunden hatten, was man mit Fleiß und Geduld durch bloße In-Augenscheinnahme der Rohdaten mit menschlicher Mustererkennungsfähigkeit auch gesehen hatte. Ich habe zunächst mit mir selbst experimentiert, mir eine große Monitorwand bestehend aus sechs Einzelbildschirmen ins Büro gestellt und darüber in Echtzeit alles an mir vorbeilaufen lassen, was an Datensätzen im Unternehmen eingegeben wird, in Echtzeit. Und tatsächlich konnte ich aus diesem Rohdatenstrom mit, ja, hinsehen, ab und zu nur wichtige Steuerungsimpulse für das Tagesgeschäft gewinnen. Dadurch ermutigt habe ich diese Form der Automation von Beobachtung systematisiert, verschiedene Varianten entwickelt. Die höchste Form von künstlicher Intelligenz entsteht für mich, wenn alle Formen der Automation zusammenfließen, wenn also zur Automation der Auswertung, der Modellierung, der Visualisierung auch noch die Automation von Wahrnehmung und Bedienung kommt, wenn wir nicht nur intelligentes menschliches Verhalten nachahmen, sondern wenn wir auch intelligentes menschliches Verhalten fördern und fordern, indem Bedien-, Denk- und Blicksequenzen Hand in Hand gehen. Dazu haben wir den Begriff entwickelt Haptic Reasoning. Reasoning bedeutet, wir setzen an an der Tatsache, dass Denken ein sequentieller, extrem begrenzter Vorgang ist. Man spricht da auch von einem Lohrenkonzept. Die Neurobiologie sagt uns, es passen vielleicht drei, vier Items, gedankliche Einheiten nur zur selben Zeit in seiner Verarbeitungskapazität so sehr begrenzte Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnis. Und genau das brauchen wir aber für die Verarbeitung von Zahlen. Also kommt es darauf an, Wahrnehmung, Bedienung in Einklang zu bringen mit dieser sequentiellen Verarbeitung. Haptisch wird es, wenn wir uns mit dieser Idee auf das Smartphone begeben und dann der Daumen, die typischen Bewegungen, die wir heute von der Bedienung eines Telefons kennen, die Verbindung herstellt zum Reasoning zu den sequentiellen Denken. Das Haptic Reasoning steht für mich im Zusammenhang mit der Appisierung von allem und jedem in dieser Welt. Aus all diesen täglichen Aufgaben heute wird eine App. Wir verrichten die meisten Dinge, die wichtig sind, inzwischen mit dem Telefon. Die Betriebswirtschaftslehre, die gehört für mich inzwischen auch aufs Telefon. Nach dem Motto, was im hektischen Arbeitsalltag des Managements nicht auf den Bildschirm eines zum Beispiel iPhones passt, das passt sowieso nicht durchs Nadelöhr der Wahrnehmung, durchs Nadelöhr der Aufmerksamkeit. Deswegen muss die Betriebswirtschaftslehre danach trachten, dass wesentliche Aspekte der Führung auf einem Telefon gelingen. Wir fangen damit an mit einem ersten Daumen-Dashboard fürs Management.